ja einen wunder wunder wunderschön prächtigen herzlich willkommen bei biafactory so ich gönne mir erst mal ein käffchen ich habe mal ein bisschen was vorbereitet hier oben und schwer erkennen könnt ich habe bisschen kohle gemacht alles mit den export verträgen und so weiter und so fort und jetzt habe ich genug geld und würde mir mal den abschnitt mit dem abfüllen kaufen da werden jetzt wie der name schon klingt oder gar wieder so viel auch mal schmutz und das war jetzt im nebenraum da hatte man dann kann ich hier einmal aufmachen sagt hier einmal aufmachen und hier so das heißt das ist jetzt hier offen oder was doch okay alles klar kann ich hier aufmachen asen 2 ok zack ich bin mal gespannt ich okay ist alles will okay also keine teile oder sowas okay das ist ein geister sagt der bewegt sich von alleine ja hier habe ich was jeder drei okay wo hier ist was großes alles klar geister säcke so er kann mich doch mal gerade hier an da haben wir aufmachen zack also wer die flaschen offen liefert ja dem müsste man eigentlich auf die nase hauen so also weder gespeicherte bier ach so ich glaube ich sollte erstmal eine kiste nehmen oder ich kann nicht so ah ok na es alle so einmal hinlegen weiß ich ob ich eine palette brauche ich lasse ich nehme das mal lieber so hin ich habe sowieso nur zehn liter gemacht davon ach so deswegen ich glaube kaum dass ich da viel jetzt abfüllen kann das nervt hier so wie mache ich das denn jetzt wähle das gespeicherte bier lager auswählen her was okay okay ach so ist ja geil okay das ist ja immer geil dass das feier ich aber richtig hier das ist ja nice also ich habe zehn liter gemacht na alter wie viele gläser brauche ich denn da bitte ach du scheiße okay da brauche ich echt paletten weise von den gläsern holy moly aber gut zu wissen gedacht dafür habe ich es wahrscheinlich zwei maschinen bekommen dann 0 liter ok ist wow ist ja geil kaufe und platziere eine abfüllmaschine ich habe doch schon eine ok dann mache ich das mal den könne ich dann hierhin stellen ne den packe ich dann lieber hier hin ok ein mitarbeiter anweisen der ist aber ruhig rein ich denke mal das ist einfach so ein fehler von hier aus aber erstmal brauche ich mehr bier weil ich habe neue struktur spoiler ok brauerei daten daten nein ich will da ach hier muss ich doch mal warten so jetzt sollte eigentlich sollte ich ja sehen können dass er da unten auffüllt normalerweise wenn ich jetzt hier runter laufe sollte der mitarbeiter auffüllen können tatsächlich nicht oder bitte auf doch halleluja erfüllt auf ja geil okay so habe ich schon mal was im neben produktion dass da zum sagen wir schon mal bier gebraut wird ich brauche mitarbeiter stellen wir auf vierte eine sollte dennoch bei reinigen bleiben auch wenn das bisschen so mehr semi erfolg ist aber nicht schlimm erstmal noch mitarbeiter bezahlen zack so kommen wir hier folgen ich hoffe dass ich die nicht irgendwie upgraden muss mehr warum zu papa arbeitsplatz zu weisen also muss ich dennoch ausbilden oder was getreidemühle ich habe jetzt so viel geld also ja schon warte mal als ist reinigung hatte mal war ich hoffe nicht warte mal ich versuche es einfach mal schneller aber es als getreidemühle nein brautank ok da muss ich ein bisschen geld haben 25.000 1000 reite ich aus sie ja ich nehme einfach das höchste mitarbeiter schneller da ok also auf level 7 muss ich muss ich leute immer bringen ok geht zum computer und schalten global markt frei 25 es sieht gut aus ja bau mindestens fünf lagern den docks du brauchst viele auch so scheiße die wand an ich muss ja noch die ach nee ich muss auch die ganzen einzelnen stäbe und so weiter bauen erkaufen weil ich also regal und so weiter 1 2 3 wir wahre exportieren da jetzt kommt ein lkw oder was wird erstmal die palette daher holen so das dauert noch bis das wie abgefüllt ist das ist manchmal echt so dumm da war ich dem es auch mit dem stapler aber auch jetzt hier also langsam zu doof zack jetzt kann ich doch absteigen ach ich verstehe es nicht geht deswegen bräuchte an unmenge an paletten ok ich hab verstanden jetzt geht aber ok 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 beruhig so legst mal hier hin hat dann kann kens SARS glaubt dann o ja da kran herab ok das ist besser cool kran bewegen ach eben da kann ich irgendwie ja das war's jetzt kann ich go sagen oder was gehe raus und verkauf ok das ist mein öljus 162 oder was also müsste ich ja so bei 7300 kommen ok wenn ich hier rausgehen ok nice du hast da noch ein ausrufezeichen wieso habe ich mal diesen das ist echt nervig aber gut zu wissen jetzt weiß ich ja wie das ganze läuft jetzt kann ich erstmal das ganze lager das ganze schisslepping aufbauen ganze paletten her erholen ich glaube da ist ein bug der geht extra dahin weil dort die alten lagen ok habe ich noch von tauern noch 530 liter ungefähr ich mache ach so ich komme gar nicht hier so ok alles klar so ach warte mal ach so das mache ich jetzt somit ah i see ok zack da kommt wahrscheinlich noch was kann ich jetzt so mitnehmen oder muss ich die einzeln muss ich wirklich einzeln holen auch ne leute ok da habe ich ja richtig spaß zu hier ist einzeln abpackt den kann ich einfach so durchlaufen ok ja gut das mache ich dann nach da auch also zwischen aufnahmen weil das wäre ein bisschen boah ne da habe ich gar keinen bock zu da muss ich doch alle anschrauben ich gucke mal kurz wie es mit dem bier aussieht ja hier auch da am pc machen können ob das wirklich alles soweit funktioniert ich mache schon mal kurz mal kaffee rin ach so der macht achtet legt die automatisch dann dahin ok kann ich aber nicht aussuchen ok ja gut zu wissen also was wollte ich da brauerei ok 20 liter 100 liter lagern wenn ich fertig warte mal oder ist doch am braun da eben auch das nächste auf 1000 liter direkt in arbeit der ist fertig ok wo hat er doch ordentlich viel verbraucht das heißt ich müsste da ein bisschen nach bestellen ich gucke mal kurz dann müsste ich jetzt wahrscheinlich dann aber ich müsste die maschine an machen ja das machen die ja nicht von alleine das muss ich ja manuell machen oha geil ich bin gespannt normalerweise müsste er die kartons alleine holen ansonsten müsste ich wieder eine palette machen wo ich darauf zu weise ok ja da muss ich mal hier so was hin bauen da geht nicht da nichts zu weisen tatsächlich nicht oh das ist kacke ja gut da müsste ich mal gucken wie das gleich hinkriege ich weiß ja ob er das palettenweise einfach so mitnimmt ja wird lustig gut ja dann würde ich sagen wer ist das erste mit dieser folge ich bereite mal ein bisschen nebenbei alles vor weil dieses alles klar kommt wieder zurück weil das war jetzt eher wesentlich guck mal sich meine schulden abzahlen währenddessen ich schon mal alles aufbauen und ja also ich finde es gut dass es ein bisschen mehr kostet und so weiter und so fort dass er gleich alles auf einmal hat aber ich bin gespannt weil ich will jetzt 1 bevor ich das gleich beende wie ich noch eins mehr angucken hat sich die beliebtheit irgendwie geändert von dem rezept rein 30 ok 2 prozent aber vorhin bei 31 prozent ok dann passt das ja nice sehr schön guti dann würde ich sagen wer ist das erste mit dieser folge ich bedanke mich fürs dabei sein lasst gerne mal like und abo da oder auch für algorithmus einfach mal kommentar und dann würde ich sagen wünsche ich euch einen wunderschönen prächtigen unser getrimmelt euer keule ciao ciao